hallo leute ja wir sind hier in der krise verhungern vier frankie und jane sind irgendwie am verhungern da müssen wir gucken dass wir das gegen tun ich habe noch gerade so wirklich keinen blassen schimmer was wir da tun können wir müssen das gleich mal schauen was da geht ja der mordrak hatte mir auch ein paar dinge dazu geschrieben aber ich verstehe nicht hier hier sind doch pflanzen ernteauftrag die sollten doch abgeerntet werden warum werden die nicht geerntet weil vielleicht einer hier die ganze zeit auf der bank ist und gestresst ist oder was ich weiß es auch noch nicht wenn man den jetzt laufen lassen ja da läuft schon mal weg das schon mal gut wo laufen sie aber hin das die frage und warum essen sie nichts das die nächste frage okay das wasserproblem hat man auch noch das gehen wir mal gerade schauen sanitär das glaube die geschichte dass das hier doof ist mit dem diese leitung hier die sitzt irgendwie immer falsch rum da dran deswegen geht es nicht weiter der möchte immer in die richtung laufen die frage ich müsste eigentlich von unten den angeschlossen kriegen dann von wo das wasser kommt da schon mal schlecht hier ist irgendwie wasser vorhanden oder was aber das wasser kann eigentlich von dieser pumpe hier ich müsste jetzt eigentlich schauen dass ich das darunter kriege ne beziehungsweise warte mal das ist jetzt eine frischwasserleitung und hier haben wir auch frischwasserleitung was hier rauskommt und das schmutzwasser davon das kommt ja auch das heißt das kann ein kreislauf werden das hatte der mordrak übrigens auch geschrieben dass das ein kreislauf werden muss damit das funktioniert und das wäre jetzt überhaupt kein problem das frischwasser hier reinzuleiten oder was muss ich dann hier tun ich muss eigentlich dieses rohr hier warte mal zerlegen müsste ich ja das wird jetzt schwierig gerade glaube gehen wir nochmal in sanitär rein vielleicht bauen wir das besser anders weil ich glaube sonst verlieren mal auf wasser kann das sein wenn ich diese leitung jetzt hier hoch priorisiere einmal laufen lassen dann kommt bestimmt einer und baut die doch sofort oder also hier läuft jetzt einer durch hier oben wird jetzt tatsächlich geerntet wir haben auch nur noch drei verhungern zwei verhungern wieder mal eine saugerei passiert ist klar saugereien sind jetzt hier immer öfter leider das ist jetzt nicht so gut verhungern tun immer jetzt noch drei jetzt jetzt nur noch einer verhungern nein drei verhungern noch kamille schläft ne jean schläft gerade jetzt sollte der nicht schlafen sondern aufwachen und essen hier sind noch mehr von dem zeug ne ist gerade ein bisschen stressig hier ist auch wasser gar kein verhungern immer noch drei wer geht denn jetzt mal essen holen hier so die wasserleitung ist die jetzt passiert warte mal verhungern nur noch zwei das schon mal gute noch mal die wasserleitung gucken wo ich das bauen musste hier war es jetzt aber es läuft irgendwie nicht so wie ich es gerade wollte oder ich glaube ich muss es so machen oder schnell die prio rein so war es dann läuft es hoch oder wir sehen sofort weil ich glaube es wieder relativ schnell gebaut verhungern tut jetzt nur noch aber wo ist aber aber ist da unten wo sind die kalakale rein hier hat noch ein bisschen das ist immer noch der ja wo ist er denn jetzt er hat gerade was gegessen jetzt sind drei andere da ne ich glaube das geht aber das kriegen wir hin ist zwar nur ein bisschen knapp aber die haben weiß ich nicht warum dass wir das nicht gemacht haben so wir müssen aber jetzt schnellstens schauen dass es mit dem wasser läuft noch mal hier in die sanitäranlage rein so jetzt läuft auch tatsächlich wasser hoch hier ist jetzt ein toller kreislauf den ich da gerade bau die nächste sauererei ist gemacht na super werden da gepischert hier wird gepischert da wird gepischert es geht doch dass die lause brot gemacht also wir haben wasser irgendwo noch mal da rein wo wir abreißen müssen sanitär leitung diese leitung da zerlegen diese hier hoher zerlegen ja passt das muss da nicht sein hier den dingen habe ich falsch positioniert da kann ich nicht weiter rüber sonst steht wer verhungert jetzt die der ist aber gerade auf toilette ok denn die auf toilette gehen das ist schon mal gut das heißt hier ist wasser das ist gerade das wasser noch mal gucken da steht natürlich hier aber hier kommt auf jeden fall langsam was an das ist schon mal gute schmutzige geht rein und das ist auch der kreislauf den am ort geschrieben hatte den habe ich hier schmutzige wasser wird hochgepumpt wird gefiltert passt so jetzt habe ich nur das problem dass ich hier das saubere wasser drinnen stehen aber was ich da oben gar nicht brauche da hier an den dingen gar nicht brauchen ist ja jetzt auch nicht schlimm dass die leitung bis dahin geht wir müssen nur gucken wo wir die leitung sonst noch brauchen bei den pflanzen hier bei der destille kommt nix an aber da brauchte sowieso nichts da kommt glaubt nur schmutziges wasser an oder was war da nicht da wird schmutziges wasser abgeführt oder ausgangsrohr genau also nicht schlimm das passt und das saubere wasser ist jetzt hier unten für die felder und kann auch hier rein kommen ok das ist erstmal alles safe wer verhungert noch lindsay aber die kalorien sind noch mit 1000 da das ist also gerade erst wieder angezeigt und das funktioniert ja eigentlich ich bin jetzt gerade in panik aber braucht glaube ich gar keine panik so sehr so wie sind wir hier weiter aufgestellt so essen ist sehr schlecht klar stress ist ohne ende dafür haben wir die banken gemacht warte da ist schon wieder schmutzig ja das trägt natürlich nicht dazu bei glaube wenn es hier schmutzig ist dass die hier sogar sauberes wasser machen da jetzt oder was so weil ich da wahrscheinlich eine leitung weg gemacht habe zum glück war das vorher schon aufgewischt sehen wir irgendwo wasser was da irgendwo einer hingemacht hat ich glaube nicht hier ist was zum aufwischen ich hoffe die wischen dann das schmutzige wasser auf wasser auf aber ich glaube das wäre sowieso hier gar nicht so schlimm es wäre ziemlich egal weil es geht ja darum dass nichts verdunstet oder so ne hier kann das ruhig bleiben das nicht schlimm ach so wir müssten jetzt hier weiter okay warte mal den könnte ich mal gerade hier zerlegen weil hier ist ja wasser drinnen ich weiß zwar nicht wie das jetzt hierher kommt aber hier müssten wir eine tür machen aber ich kann nicht da nicht so hinbauen okay er gehört aber gar nicht rein gut das heißt ich muss diese zwei definitiv gerade abbauen zerlegen und da muss dann eine tür hin was haben wir hier gemacht das wollen wir ach so wir wollen die kohlendioxid hier zusammendrücken oder sowas deswegen haben wir das hier gebaut schätze ich mal es verhungern schon wieder zwei aber die farmen sind voll besetzt und es ist auch noch was da ich weiß nicht warum sie das nicht ernten unerlaubte nahrung was ist denn die unerlaubte nahrung haben wir haben doch dingens gemacht hier schon wie heißt es den schlamm ernährung nährstoffregeln haben war aber warte mal matschregeln haben wir den dürfen sie auch alle essen das läusebrot das wäre viel wichtiger dass wir das haben müssen das hier ist das hier irgendwo wir könnten mal das läusebrot machen weil das war glaubt näherhafter oder 800 kilokalorien und er 1700 qualität ist fürchterlich ist grässlich fürchterlich ist wenigstens null lassen sie mal für immer das machen und das für immer weg machen ich glaube was brauchen wir hierfür Mehl aus und wasser läusebrot was ist mit dem tofu hier hier habe ich aber nicht die habsbohnen und doch sechs einheiten hätte ich ein bärenmatsch den habe ich fünf einheiten mehr geht da nicht okay ich glaube wir bleiben erstmal bei dem läusebrot weil der wert da ein bisschen besser ist mit dem grässlich hier ist schon aufgeputzt okay da können sie auch noch aufputzen dann passt das erst mal okay hier ist unten schon wasser rein gelaufen etwas das ist schon nicht schlecht und er ist auch schon runter warte 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 schnell schnell eine tür bauen das ist ja voll cool dass der da ist und die tür bitte ganz schnell bauen dann bleibt der oben und der unten das schon mal gut werden wasser ist sogar jetzt bis hierhin hin ich hoffe das reicht dann okay gereizte lungen habe ich da gerade schon gesehen okay der wischt die ganze zeit das da jetzt weg dann muss man den befehl abbrechen jetzt wird da endlich das gemacht und nicht da durchrutschen jetzt zum glück das hat geklappt hier ist jetzt vielleicht zu wenig wasser kann das sein aber hier ist auf dem flüssigkeit 13 kg und hier sind ein paar hundert gramm ich glaube das könnte zu wenig sein oder hier unten sind sogar mehr wasser wieder um also mehr was also sowieso nicht da war ja da müssen wir einen flaschen entleeren machen und einmal frisches wasser entleeren jetzt mal gerade einmal hin bauen ein ich glaube wir bauen da unten auch einen vorhanden tut lindsee aber hier gibt es essen was macht denn unser kühlschrank wieso ist denn da nichts drunter gelagert eine einheit fleisch ist da drunter ok warte mal das würde bedeuten wie sind das mit dem stressfaktor jetzt hier 90 prozent allen hat 91 g2 sind immer noch über diesen level das ist schlecht wird schon wieder kriminell wahrscheinlich aber wir haben das mit der toilette gekriegt der stress ist schon mal weg dass wir frischwasser jetzt haben dass uns noch mal das wasser gucken da steht hier auch so das wollten wir dann noch weiter runter bringen irgendwie ne warte mal das heißt ich muss eine leitung bauen die hier weiter runter geht meines erachtens hier ist die irgendwie doof gebaut die leitung habe ich die leitung noch ausgewählt naja habe ich nicht mehr ausgewählt die leitung muss so und dann da lang dieser bogen war doof nach dem baum mal abbrechen bevor das da passiert das wongert kamel noch die hat immer noch diese 1000 kalorien das ist immer knapp kurz davor glaube ich forschung ist abgeschlossen strandliege vielleicht sollte man mal was zum relaxen noch hier aufbauen spannend nehmen sie sonnenlicht paulenzen hört die moral von der blikanten vorzug traum erholungsraum ist aber ein erholungsraum wo ich das hier könnte ich eine erholungsraum noch ausbauen was habe ich denn da vor gab weiß ich nicht sonst mal hier noch zwei ziegel untersetzen und dann eine tür da rein dann können wir da nur erholungsraum rein machen hier ist schon was gebaut das rohr schon fertig und das wird hier auch noch fertiggestellt denke ich kann nicht ist geliefert geht das wasser kann auch da lang laufen das heißt ich müsste jetzt hier zerlegen drücken wird wahrscheinlich dann gleich hier das wasser darunter liegen haben das muss ich dann aufwischen wahrscheinlich und dann muss ich da eine brücke bauen ja wird werden ist noch nicht mehr passiert ich dachte haben wir glück gehabt weil da gerade nichts war sehr schön dann sanitär die rohrbrücke das ist die richtige ich glaube das war die falsche taste wo ist die richtige man muss ich noch mal dahin gehen da sonst sehe ich das nicht der fallzeit nach unten dann ist das richtig ne ja so und dann noch mal sanitär rohr da dran und rohr da dran und hoffe dass das dann passt bin mir aber nicht sicher so hier ist wasser drunter zum abpumpen warte mal jetzt müssen wir hier flüssigkeiten wasser jetzt muss ich aufpassen hier das gleiche wasser und da muss ich jetzt aufpassen dass das da nicht zu viel wird die müssen das hier holen und da raus machen oder so wir haben immer noch nichts zu essen wir brauchen mehr essen sind auch die letzten drei flangen hier was stand da gerade lange arbeitswege wo sind der matsch regel produktion oder hier kein strom warum das denn nicht wieso ist hier kein strom wo ist die stromleitung warte ich muss aufpassen dass die hier mehr das ding ist da nicht da ist genug wasser hier nicht die müssen das da entleeren noch und er hier der ist hier sowieso falsch weil hier ist ja sauerstoff und der ja der filtert gerade das sauerstoff daraus aber wir müssen das kohlendioxid ja rausfiltern werden wie viel alga haben wir denn drei tonnen ok ein bisschen haben wir davon das ist schon mal gut hier wächst nichts warum nicht zu warm irgendwer klopft doch hier irgendwas kaputt oder so da reizgrüßen verhungert kann nahrung nicht aufnehmen volle blase schlägt um sich ja das ist schlecht ich glaube da war so ein ziegel den müssen wir dann mal ganz schnell wieder hin machen da auch wie kriegen wir elli wieder beruhigt wieder dreimal verhungern oh hier hoffentlich immer hilfspaket da ja ein pufflet ja den druck ich weil den kann ich gleich hier unten reinsetzen wo sind der verlagern noch da ich hoffe das passiert kriegt den einer ich hoffe elli haut nicht noch mehr rum sind es immer ein problem ne ja ich hörte doch gerade schon wieder was oder verhungern vier hier weil sind ein paar pflanzen da so ist nicht aufgenommen schleim der wird auch schön produziert das passt eigentlich verschmutzt verschmutztes wasser kann da auch raus gebracht werden wird das spannend ok wir machen hier aber erst einen cut ich bedanke mich recht herzlich für das zuschauen würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid falls ihr noch kein abo habt macht eins falls euch die folge gefallen hat gibt einen daumen hoch macht euch die glocke an kriegt damit wer ich das nächste video hochladen gerne kommentare schreiben und auch gerne das video auf anderen kanäle teilen wir sehen uns in der nächsten folge bis dann ciao